Ich muss sagen, wann war denn das? Wann habt ihr Nice or Scheiß mit Mois angefangen? War das 2019 oder 2018? 19. War 19, ne? 2020, aber in 2020 auch noch mitgenommen, ne? Ja, 1,5 Jahre ungefähr. Okay, krass. Ich muss dir echt sagen, die Zeit, wo du mit Mois unterwegs warst, deine Videos, die ihr da gemacht habt und so. Ich fand es irgendwie geil zu sehen, dass du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit gekriegt hast, auch auf Social Media und so. Weißt du, dass die Leute ein bisschen mehr dich als Person kennengelernt haben und ich fand auch die Vibes irgendwie nice. Du hast weniger, so es war irgendwie mehr so funny ein bisschen, so mehr positive Vibes. Und Manuelsen herum habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt. Ja, Bruder. War geil. Du musst so sehen, Mois und ich, wir sind Bros. Weißt du, wie ich meine? Wir sind wirklich Bros. So, er kennt meine Familie, ich kenne seine Familie und Maestro ist auch Familie. Weißt du, wie ich meine? Und das Ding ist, unsere Interessen liegen halt dann, wenn es um unsere Arbeit geht, dann doch noch in einer gewissen Art in verschiedene Richtungen. Weißt du, wie ich meine? Weil er macht dieses Internet-Ding und Musik. Ich habe Musik gemacht und das Internet-Ding. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, wir reden immer noch, wir sind immer noch cool, alles ist cool. Die Leute fragen immer, ey, kommen keine Videos mehr mit euch. Nein, weil ich konzentriere mich auf Scheiß, er konzentriert sich auf Scheiß. Aber ich glaube, ich glaube 221 könnte es ein nicer Scheiß-Comeback geben, was ich jetzt noch nicht versprechen will. Aber wir reden oft drüber. Nur das Problem ist, die Konzeptierung davon, weißt du, weil es muss ein bisschen anders gemacht werden, weil man muss das so machen, man kann nicht so zugänglich für jeden sein, weil du musst dir vorstellen, wir haben mit Nice or Scheiß die Mutter vom Internet gefickt. Die Mutter vom Internet gefickt. Wir hatten Sendungen, da waren Live-Zuschauer. Live-Zuschauer. 160.000 Live-Zuschauer, Bruder. Das war da, wo auch die Polizei und so da war, gell? Genau, der Tag war das. 160.000 Menschen um 3 Uhr nachts, Bruder, vom Internet. Jan, ich küsse dein Herz. Weißt du, was das ist? Hast du mal 160.000 Menschen gesehen, Bruder? So. Und wir haben das so oft blöd gemacht, so ohne Konzept, einfach so von Eier. Weißt du, was wir für Deals damit reinholen konnten? Weißt du, was wir für Deals wir holen konnten damit? So. 160.000 Menschen, Bruder. So. Und 80.000 Menschen waren Standard. Also 80.000 Menschen sind es immer. So. Ich hab mitverfolgt, Bro. Wenn das Comeback kommt, ne? Ich sag dir jetzt, wenn Comeback Nice or Scheiß kommt, ne? Erste Folge, 200.000 Zuschauer. Blind. Ich sag so. Comeback Nice oder Scheiß in 2021, wenn das kommen sollte, ne? 200.000 Zuschauer. Ich will unbedingt, und dann reiche ich einen Song ein, Bruder. Ich will unbedingt, dass ihr auf einen Song von mir reagiert. Ja, kein Problem. Ich glaub, dann reicht, glaub ich, die ganze Welt einen Song ein. Mein Vater reicht auch einen Song ein. Ja, okay. Weil es wurde zu viel. Wir waren nicht mehr her der Situation, Bruder. Es war too much. Aber warum habt ihr denn nicht generell dann irgendwie anderes Format gemacht oder einfach irgendwie andere Videos gedreht oder so? Oder hast du dir dann gesagt, okay, erstmal komplett Pause so von diesem Internet? Nein. Also, Bruder, das Ding ist, ich kann jetzt heute Abend zu Moise fahren, in den Keller. Könnt ihr ein paar Videos machen. Ja, dann drehen wir Videos. Ja, safe. Weißt du, was ich meine? Aber ich hab ja auch ein paar Sachen, die ich verfolgt habe. Ich hab das Buch geschrieben, was übrigens auch jetzt in Schadlöchern ist, by the way. Wann kommt das? Januar, glaub ich, ne? 12. Januar jetzt. Wir haben uns ein bisschen vorgeschoben. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Bis zum nächsten Mal.